Ich will mit Doppelten ein neues Gesicht. Hallo. Bleibst du eine Weile hier? Geschäftlich vielleicht? Sagst es lieber nicht? Ist in Ordnung für mich. Aber schau, wir kriegen hier nicht viele Gäste. Die meisten Besucher sind Banditen und unterhalten sich nicht gern. Aber wenn sie nicht wären, gäbe es auch nichts, worüber man reden kann. Nur über das Portell und den Waffenschiedsstand kann man viel sagen. Vor den Banditen war es wenig. Das Portell ist übrigens ganz in Ordnung. Die Roten gingen dahinter, wie die Befalt angeht. Vielleicht hast du ja mit diesen Kommunisten zu tun. Wie kann Grunde angesprochen sein, du bist hier noch nicht wahr. Für nur eine Patrone bekommst du unser Spezialbegründung. Es heißt auch Kai, die Patrone. Also kann man nicht einmal sagen, es wäre ein unrealer Wiel. Ja komm. Her damit. Ganz ehrlich, ich wohne mit der Scheiße. Danke. Gute Zeit, oder? Noch eine? Oh ja. Oh ne, lass mal. Ich danke für den einen. Wow. Danke. Ähm. Haha. Das ist auch wieder normal? Noch eine? Ah, ne, ne, alles gut. Boah, Alter. Trotzdem danke. Sehr freundlich. Sehr freundlich. Ah, es geht wieder. Oh. Das Bordell, würde ich mal sagen. Da... Ne. Weiß. Äh, was haben wir hier? Schönes? Könnte ich gerade nicht eben... Ah. Ja, Mädel. Das soll zu dir zweimal überlegen sein. Das sind Leute, wo ich finde das immer noch unglaublich. Ja. Alles klar. Da... Was... Sex... Mannschaft. Alles... Klar. Ähm. Moin. Moin. Äh, ne, ich bin grad voll. Trotzdem danke. Kann das sein, dass der da spannend tut? Sag mal, Junge. Was machst du da? Zwei Teufel. Alter Sack. Verwerbsweg. Ähm. Ne mal eben gucken. Oh. Gleich. Ich geh da hinten gleich noch eben gucken. Ja, ja, ja. Oh. Ah. Ich geh da hinten. Ja. Ich glaube, meine Taddy ist verloren. Das stimmt. Alles ist Mut. Wir werden deinen Taddy schon finden. Nicht weinen. Wo bist du denn heute gewesen? Ich wollte ihnen den Schießstart zeigen, dann bin ich angebrüht worden und weggelaufen. Oh. Du armer. Vielleicht finde ich ihn ja, dann kann ich ihn ja bringen. Das ist doch alles, Herr Gott. Mal hier hinten gucken. Oh, ich bin vielleicht da. Oh Gott. Muss ich das machen? Oh, Entschuldigung. Möchten sie hier links? Versuchen wir es. Sehr gerne. Danke. Gucken wir mal. Kann ich da irgendeine Waffe nehmen? Hey Leute! Ich habe hier ein paar tolle Mäsche. Habe sich selbst gestrichet, wenn er trifft gar nicht. Wer wird... Ja! Aber du bist nur nicht so gut. Der ist mit 1, 2, wenn er alles trifft. Ich mache sogar bei 3 zu 1 mit. Der trifft doch nicht einmal ein Stück Scheiße. In Ordnung abgemacht. Alter Leute, ich zeig euch mal was hier. Nein, das sollte nicht zu laut sein. Ähm. Habe ich das? Ah, ich bin fertig? Bin ich fertig? Klasse! Hier ist ein Preis! Der frischste Preis in der Gegend. Sollen wir den einsetzen? Wir haben alles jemanden gewonnen. Ach nö. Dieb gemeint aber. Nett gemeint? Nein, danke. Mir reicht das einmal. Ich gehe zu den Ladies. Zu den Damen. Hallo? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe hier eine Stange an der du für mich tanzeln kannst. Komm schon, komm schon Schätzchen. Beweg dich, Baby. Ja. Für die Männlichen, na? Könnt kurz auf Pause drücken. Ja. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich? Wir haben hier gesehen. Wir sind mit Kisli befreundet. Bist du sicher? Ach toll, ich muss alle seine Freunde kommen. In Ordnung. Wir hatten etwas Spaß und jetzt ist es Zeit für die Arbeit. Also, als erstes müssen wir Kisli bezahlen und du musst zu Genosse Kurbut eilen. Sag ihm, dass der Virusbehälter erfolgreich zu Oktyavriskaya geliefert wurde. Ey, übster Junge. Was? äh Ich glaube, das muss ich vielleicht zensieren, ich wollte es nicht gescheit sagen Und wie hat dir der Tanz gefallen, Schätzchen? Anscheinend sehr, was? Ich bedanke mich für den Tanz und ich würde dann, wenn du nichts dagegen hast, gerne gehen Vielen Dank Ähm, okay, ich bin weg Falls du wiederkommen möchtest, ich bin immer her Alles klar, Mademoiselle Scheiße Ähm, ich ähm Bäh Venedig Mir wurde gesagt, dass das unterirdische Venedig eine Stadt voller Diebe und Mörder ist Aber ich habe dort normale Leute eingetroffen Sie haben ihr Leben so gut, es geht angepasst Haben einen nabilen Frieden erreicht und haben wirklich Angst, dass das draußen herrschende Charakter verstehen könnte Sie waren einfach nur lieb Wenn ich jetzt wieder hingehe Das sind diese kleinen Spinnen, ne? Ich kann echt wieder Das ist schon Krass Okay, ja Krass Äh, naja, ein bisschen Spaß muss ja auch nur sein Ich war nur ein bisschen Äh, ja Verwirrt Ähm Wo kam ich nochmal zurück? Ach ja, hier Ja, genau Äh, nein, kam ich noch nicht Verdammt Ich bin so irritiert Hier kam ich zurück, oder? Ja, genau Hier kam ich zurück Ja, das sieht gut aus Ja Ach Gott Ich bin auch gerade so ein bisschen Ich gehe mal zu ihm hoch Vielleicht hat er noch was zu erzählen Okay, ehrlich Sag mal, wo kann ich mich denn ausruhen? So gefragt Oh Kann doch echt süß Äh Ich sollte zum Fischer, ne? Den gehe ich da mal hin Wo war der denn? Der war hier gewesen Aber ich kann nur wieder rauf Das ist ja witzig Okay Ähm Gibt es hier irgendwo, wo ich Hinkann? Ich habe gefragt Ich meine Ah, hier geht es noch weiter Oder hier komme ich jetzt hin Hm Keiner da Möchte keiner Möchte keiner Huch Ähm Aber ich höre ja Musik Ah, schön Schön Danke Ha, herrlich Herrlich Ach, der hört gleich wieder auf Bin ich schade Okay 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 Ich gehe mal hier weiter Bitteschön Vielleicht helft er mir im Endeffekt Wer weiß Ähm Ja Ja Äh Schönes Pum Moin Ähm Hast du eine Idee, wo ich Ich kann mich nicht rumführen Ich habe ein paar Sachen zu erledigen Geh und Können dir vielleicht etwas Spaß am Schießstand Hab ich schon Warte Und ähm Ja Krass Wo zum Teufel sind die Schon gut Willst du einen denn auf die Nase oder was So Wollte nur mal gucken Suche Ich frage mich, was passiert, wenn wir die ganze Zeit da Klapfen tun an den Türen Ob da Müssen wir vielleicht hier irgendwo hin Aber Da ist noch Aber da kommen wir nicht rüber, ne Nee Nee Da kommen wir nicht rüber Okay Hier ist noch was Aber da kommen wir nicht rüber Oh Oh Gott, ich mag da nicht reingehen Ich will nochmal eben hier gucken Oh Okay Und durch Oh du Scheiße Scheiße, das gibt Ärger Oh Das gibt Das gibt ganz großen Ärger Da ist einer Kann er mir Kann er vielleicht vorbei, ohne dass der sieht Dahin ist einer Da läuft einer Ich weiß aber nicht, wie er läuft Ich weiß auch nicht, wo er ist Ich weiß nicht, wo er ist Okay, wir müssen uns hier ran Schleichen Vorbeischnechen Ich habe keine Ahnung Da ist er Da ist er Der Messer ja doch Oh Gott, das wird nie funktionieren Aber doch, das funktioniert Okay Toll Was? Achso Ich glaube, ich sollte euch nicht machen Eigentlich Nein, niemals im Leben Ja Das ist auf jeden Fall falsch Wir müssen uns Vorbeischleichen Wir müssen uns Vorbeischleichen Okay Ist nur nicht so einfach Tatsächlich Denn Ich weiß nicht, wann sie sieht Wenn er zurückbleibt Wenn er zurückbleibt, wird er uns auf jeden Fall sehen Ich nochmal die andere Waffe Die kleine Boah, Scheiße, Alter Zwei Ich glaube, ich fühle mich Wir müssen uns auf jeden Fall Als er hier war, gab er uns eine Kiste und Kisly hat ihn zur Octia Britskaya weitergeschickt, sagte sie wäre voller Flugblätter für das arbeitende Volk gewesen. Flugblätter am Arsch, diese Kiste hat ein Schloss. Und, was war drin? Ich wünschte, ich wüsste es. Der geht. Okay, perfekt. Oh Gott, da steht noch einer. Halt! Okay, 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 darüber. Woah, 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 woah. Huh. Schwein. Schwein, Schwein. So blöd ist, man kann nichts sehen. Ich weiß auch nicht, wo der andere ist. Auf jeden Fall. Help. Ich weiß nicht. Kann sein, dass er mal pinkeln gegangen ist. Was hast du für ein Problem? Er riecht da. Schüsslich. Entweder drehen meine Ohren durch oder da draußen ist jemand. Ernsthaft. Woher soll ich das wissen? Fass nur drauf! Gar nicht. Gar nicht. Einfach weg. Ist es nichts. Hast du ihn schon gesehen? Okay. Alter, what the hell. Boah, scheiße. Definitiv schleichen. Aber, alter, das ist... ... ... ... ...